Und weiter geht's, weiter geht's. Alene, ich kill dich nie wieder. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt. Kannst du mal sehen. Schnauze. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Ich habe mich wieder sehr interessiert gemacht. Weil ich die Task nicht hatte. Hier ist mein erster Task. Ich muss immer auf die Karte gucken. Ich bin da ein bisschen unorientiert. Der Hammert wieder. Johnny? Johnny ist weg. Johnny darf der Gehme. Off. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Was war das? Was war das? Ja! Ich sag nicht mal deinen Namen. Du sagst, hm? Ja. Votet mich raus. Charlies rausgeflogen. Das ist scheiße. Was ist das jetzt hier? Okay. Neue Runde. Okay. Hey, ähm. Ja, komm nicht raus. Ja. Oh, ey. Ja, ähm. Ich sag dir gerade noch ein Insta weniger. Oh nein. Leute, Leute. Ich habe noch eine Frage. War das jetzt ein Bug oder ist es normal, dass man manchmal außerhalb der Raumschiff ist? Aber ich wollte dafür jetzt nicht einen, ähm. Ja. Schoko, mach. Vote mal. Habt ihr wirklich so'n... Habt ihr wirklich so'n Hass auf mich? Hö. Hass. Äh. Die töten mich so aufs Gas. Lenny, hast du mich gesehen? Ich hab dich gesehen. Ja, das war ja ne tolle Runde. Der stand exakt neben dir. Ja, bei mir warst du schon weiter weg. Deswegen dachte ich, hast du mich doch nicht mehr gesehen. Das war ja noch ne tolle Runde. So, dritte Runde der Rotation vorbei. Ja, ne, 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 komm. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Ich lief, okay, alles klar. Egal. Ich, ich... Ich komm noch mal rein, ich komm noch mal rein. Was ist denn jetzt heute los hier? Ja, sorry. Ich hab aus Versehen am Start gewesen, obwohl wir noch gar nicht vollzügig sind. Ähm. Charly. Charly. Äh, Dinge? Achso, okay. Charly ist Nina. Warum ist Charly Nina? Oh, jetzt bin ich grün. Ich bin türkis. Was ist hier? Lenny hat meine Farbe, tötet Lenny. WTF? Ähm. Was ist hier los? Was, was, was ist, was ist? Ich bin hier komplett... Ich bin raus. Das war ja ein Chaos jetzt. Was ist da los? Und dazu O2, und dann machen wir da unten die ganzen Scheiß... Flaschen. Upsch. 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 Ach, Charly ist jetzt... Ja. Nur jetzt... Blablabla. Genau. Die neue Farbe. Blablabla. Bis so, Jun. Viel später. Wer hat uns... Und der Felix. Natürlich. Schon wieder. Da ist ja Game Over. Ist mal richtig rum, das Ding. Und da... Es ist... In Weapons findet mich keiner. Keiner sauf findet mich dort. Da geht ja keiner rein. Endlich. Endlich. Ich werde natürlich nicht gefunden. Okay. Wo liegt die Leiche? Ähm... Bei Specimen in dem Gang Richtung Lab. Oh. Okay. Und als ich in Specimen reingelaufen bin, kam Melo Draco entgegen. Ui. Okay. Und zwei Weapons. Ich weiß halt, es kann halt gut sein, dass der... Warte, Rot. Du hast Rot gefunden. Sorry. Ja. Ja. Ganz wichtig, äh... Kurz, Info ist sehr wichtig. Wie li... In dem Moment, wo Lichter ausgegangen sind, ist Rot gestorben. Ich war zu dem Zeitpunkt auf Lifelines. Mhm. War jetzt gerade jemand im Lab? Warte mal. Wer wurde gefunden? Der, äh, Lucy. Aber die ist mir grad noch entgegengekommen. Die ist mir grad noch entgegengekommen. Und jetzt ist sie tot und du findest sie. War jetzt gerade jemand im Lab? Ach man, Alter. Wer hat grad gesagt, dass Lucy seit Licht tot ist? Seit dem Licht aus tot ist? Ich hab's gesagt. Lifelines. Hallo, Hate. Okay. Äh, weil dann... Das ist ja schon länger aus. Also das war ja schon länger her, ne? Nein. Weil dann könnte... Nein. Ich kann mir grad noch entgegen, dass ich mich mit meiner Task fertig gekommen bin. Ausatmen. Ja, aber wenn Hate sagt, er war im Lifelines und Lucy ist schon gestorben, als das Licht, ähm, aus war, also ausgegangen ist. Aber ich hab, ich hab andere Sachen. Und zwar, ähm, ich war Lifelines, hab den Tod von Rot gesehen, dann wollte ich Lab hochgehen. Dann dachte ich mir, ne, ich guck noch mal schnell Atmetable, wo grad alle positioniert sind. Und dann kam mir Goku ganz gefährlich aus Richtung Vent beim Atmetable-Raum. Sorry Hate, aber du warst nicht im, im Lab, da war ich grade. Ich wär der erste Angst. Ich wollte Lab gehen, hab ich gesagt. Aber ich bin mitten auf dem Weg wieder umgekehrt, weil ich dachte, okay, ich guck noch mal Atmetable-Wall ist. Ach so, okay. Du hast da nichts gesehen, Felix. Also irgendjemand, der vielleicht von Lab in die Contamination rein ist? Ne, aber Goku... Äh, so weit bin ich gar nicht gelaufen, ich hab nur die Temperatur eingestellt. Goku, wie kommst du unten zum Atmetable-Raum? Ich war einfach nur da, ich hab nur geguckt, ob da vielleicht jemand rauskommt oder so. Er war also da. Ich dachte, ich hätte was gesehen, war aber nicht. Ja, Lord Draco, wann hast du Lucy gesehen? Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Zuletzt hab ich sie gesehen, wo sie mir von Atmetable entgegengekommen ist. Da ist sie grade, ich bin, ich, sie ist aus der Schleuse rausgekommen und ich bin in die Schleuse rein. Wie soll das, hä? Warte, das war ja dann ewig, ja, die liegt doch in Specimen drin. Äh, er liegt doch, ja, sorry. Wie? Ist es ein Sieg? Entschuldigung. Äh, liegt er in Specimen drin? Ähm. Also sie ist mir grade entgegengekommen und da war sie noch am Leben so. Und du bist mir grade in Specimen entgegengekommen. Und... Spuss. 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 Also wer jetzt? Gokku ist für mich das. Und wer? So ein gefährlicher Step, bei der... Also ich, ich hab, ähm, ich hab Lucy ins, äh, in Specimen und die Verteilung kamen. Gokku und Felix. Aber Gokku ist schon richtig. Aber er wird nicht gewordet. Das ist schon mal. Sagt auch Johannes. Der Felix ist es. Der Felix ist es. Der Felix ist es. Das ist nicht so sehr tolerant. Das ist... Ja, ich weiß nicht. Stülper ich hier als Geisterung. Und mach meinen Task zu Ende. So, Spassman. Dann beiden Lifelines. Communications. Und dann nochmal eine Behörden zum Abschluss. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Der Anwaltz-Zweck. Office. Ach, der Scheiß. Krass. Äh, K2. Es gibt übrigens Trick. Gibt's nicht. Man muss es nur schnell genug machen. Und langsam genug. Och, komm. Kommunications. Nice. So. Bei Weapons liegt da mein Game-Over-Shield. Mein toter Pac-Man. Cool. Das ist auch einfach einfach in der Farbe des Crewmates. Das Pac-Man ist auch immer so ein bisschen in der Farbe des Crewmates. Eigentlich gar nicht so schlecht. Da geht der Lenny rein. Finde mein Mini Crewmate. Wer ist jetzt gestorben und sagt was. Bin fertig. Ich nicht. Los ist fertig mit der Task. Ich hab glaube ich noch eine hier. Hier die letzte. Jetzt müsst ihr auch fertig sein. Jo. Was ist los? Okay. Hate ist tot. Ne. Ja doch Hate ist tot. Aber das wird mir noch lange gezeigt. Wo liegt er? Der liegt, ähm. Äh, unter Office. Unter Office liegt der. Aha. Unter Office? Da war ich grad nicht. Ist Office nicht? Da wo der App in the Table steht. Ist das Edge? Nein. Office ist doch der Raum, wo wir Meeting machen. Hm. Achso. Okay. Also da drinnen, oder was? Inside. Nein, da drunter quasi. Also, wenn du da raus gehst aus der linken Tür, direkt da drunter lag der. Kami, hast du was gesehen in den Camps? Dann kann der Kill aber jetzt wirklich nicht lange her sein. Ich war nicht in dem Bildschirm. Der wird nicht verdächtigt. Dann, dann kann das aber wirklich nicht lange her sein. Ähm. Ich war nämlich vorhin noch, am Anfang der Runde habe ich das Drehrad mit ihm gemeinsam unter Admin gemacht. Da war ich bei Weapons mir jetzt gerade eben hochgelaufen durch, äh, durch, ähm, also in Electrical rechts rein. Da lag noch keine Leiche. Das heißt, entweder war das jetzt echt fix, oder ein Self-Report. Und Hate hatte Goku vorhin halt auch geshasst. Ähm. Okay, okay. Das war jetzt nicht so der Mega-Hand. Warum sollte ich ihn umbringen, wenn er mich sasst? Dann würde ich doch aus Prinzip jemand anderen nehmen als ihn. Ja, das weiß man immer nicht. Ich spreche das halt immer nur gerne nochmal so zusätzlich halt eben an, ne. Aber wie gesagt, kann ja sein, äh, wie gesagt. Ja, also ich fand jetzt dieses, du kamst da aus dem Vent, war halt, also, in welchem Raum soll das gewesen sein? Bei, bei, bei Lab, oder was? Ich kam nicht aus dem Vent, nein, ich bin, äh, ich war in Specimen, bin ich hochgegangen. Lenny, da, du bist mir doch auch noch entgegengekommen, oder nicht? Jetzt gerade eben. Als du aus Specimen raus bist, bin ich ins Specimen reingelaufen. War alles cool. Ich hab mich nur gewundert, warum bist du blau? Hattest du mich da ganz deutlich gesehen? Ja, ich hab mich auch gefragt, Moment mal, Lenny, warum hast du blau? Weil du ja immer Lieder hast. Ja, das Ding ist halt, das Ding ist halt, es war, stopp mal kurz, stopp mal kurz, das Ding ist halt, das Licht war währenddessen aus. Das heißt, ich hab auch nur deine Farbe gesehen, ich hab deinen Namen nicht gesehen gehabt. Ja, aber ich bin direkt so an dir vorbeigegangen, dass ich gesehen habe, dass du, dass du das bist und dass du blau bist. Aber gut, ist jetzt irrelevant. Ich bin in, äh, ich bin an den Specimen, hab das mit den Fakten gemacht, dann bin ich zurückgegangen, hab zu Lifelines gelaufen, hab gesehen, okay, ist tot, da ist jemand tot, es war grün, oder Lime, oder was auch immer, dann bin ich, bin ich halt, dachte ich mir, okay, bin dann eben da lang gelaufen, quasi in die Richtung, und dann lag der da schon. Laut Draco, wo warst du? Du hast jetzt schon gewortet. Ich hab geskippt, weil ich niemanden gesehen hab. Wo warst du denn? Ich war zuletzt im Lab oben, wollte gerade meine letzte Wire-Aufgabe machen. Okay. Ja, das sind von den anderen nicht allzu viel, aber... Gut. Kami und ich, wir waren gerade in der Kamera. Oh, Koko wird gewählt, das ist gut. Haben aber nichts gesehen. Wir waren leider an ihm nicht. Du musst da fliegen auf, außer Felix. Du hast gesagt, du standest daneben, warum machst du nicht an den Camps? Der wird leider nicht gesasst. Zurecht. 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 Die geht gleich zu einer, wenn ihr eure Tasks macht. Na, wo sind die Imposter? Not Draco ist es nicht, Felix. Felix. Das ist der, der auf Toilette ist. Rope Bear ist glaube ich auf Toilette. Scheiße, Alter, was? Felix und Goku war es. Und Goku, halt aufs Goku war. Der Felix, der Dresdler. Ja, warum wollte ich denn? Aber, 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 ich war das wirklich nicht. Nee, das war Felix. Und meine Leiche hat natürlich keiner entdeckt. Alleine, dass du mich deutlich gesehen hast, bei, bei Specimen war halt eigentlich schon relativ eindeutig. Leute, ich lag halt in, in, in Weapons und da hat mich halt keiner entdeckt. Da hat mich Felix gekillt und dann ist, dann sind sie, dann habt ihr euch zerstreut und da kommt natürlich keiner in Weapons rein. Das ist natürlich... Hat jemand, hat jemand von euch einen Sass auf mich gehabt? Kami irgendwie, ne? Ja, ich hatte, ich... Keiner hat dich gesasst. Ich hatte nur richtig einen Sass auf dich, aber ich hatte keine Begründung, das war so ein Bauchgefühl. Aber Goku wurde am Ende noch ein bisschen gesasst, der hat ein paar Rotings gekriegt. Immer, immer, wenn ich, immer, wenn ich ansasst bin, irgendwie, dann bin ich's halt. Immer, wenn du im Posten bist, killst du mich, das ist die Grundlage. Das Ding ist, ich hab's so auf den Bauchgefühl, aber ich kann's nicht begründen und dann kann ich halt nicht sagen, ja, das ist nicht gut. Ja, ich fühle das. Tja. Lass mal, erst mal Lenny Bauch wieder in den Chat. Nee, Lenny hat gar keinen Bauch. Er hat's nicht gewusst. Du, ich, ich weiß es gar nicht, du, ich hab, ich hab, ich hab die Taskleiste nicht im Auge gehabt, gar nicht. Scheiße. Wir waren fast fertig mit den Task, gab es nur noch zwei, drei Tasks, fünf irgendwem. Scheiße. Wir hätten's fast geschafft. Scheiße. Ja, I'm lucky, ne? Aber, für einen südgelaufen, hat ich gesagt. Wollte mich noch irgendjemand jemals fragen, ich hab' ich schon meinen Namen gehört. Nö. Weiß ich nicht mehr. Äh, was? Ich bin ja, ich höre Stimmen. Ja, dann würde ich mal zum Abend. Nein, nein, nein. Spaß. Äh, Freunde. Ein Basilisk. Ich mach für heute Feierabend. Ich bin müde. Ich bedanke mich für euch die Runden. Und, äh, wir sehen uns natürlich die Tage gerne wieder. Unsere lustigen, gemeinsamen Long-Astern. Und, ja, wünschen euch eine gute Nacht, macht es gut, tschüss, 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 tschüss. Und, ja, wünschen euch eine gute Nacht.